Okay, jetzt können wir vielleicht ... Okay, wir haben Wasser. Können wir durch den Hase des Baumes gießen? Die Sonne brauchen wir dafür noch irgendwie. Okay, wo gibt es eine Sonne? Okay, wo gibt es eine Sonne? Are you ever going to live, dammit? I mean, your conscience is suggesting that you quit the application very politely or less. Und das, was hier keine 0 oder 1 ist, ist eine 2. Okay, jetzt 2 ist das ungewöhnlicher. Links Zahl. Kommen wir hier aus. Okay. Das wusste ich schon. Das wusste ich alles schon. Was sind die Lieblingszahlen? Eine private Nummer von Stokio. 208. 2208. Und dann die Lieblingszahlen. Die Lieblingszahlen. Das ist zwei Stunden. Wir werden noch die zweite Zeit. Ah, ja. Das ist alles. Das ist ein Komplikationszahlen. Ich glaube damit kann man die Neutöne recht gut. Wo und woher Sonne? Die Sonne kann man nicht mitnehmen. Ich weiß. Okay, die Uhr. Also die Uhr umstellen. Okay. Dafür brauchen wir noch seine Ringsnummer. Ist das hier irgendwo eine Notizen drin? Das ist die 11. Apolo 11. P2. Dann 2 dann 11. Dann 2.11 und 2.208. Okay, was könnte dann die nächsten Nummer sein, wenn es nicht ehrlich wird? Ah, jetzt hat es 82. 282, 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 28 2 Uhr nachmittags 2 Uhr nachmittags Sehr schön Es war nur Regen Genau so Ein Baum Dann eine Nuss Erst eine Nuss Ich muss irgendwie zerbrechen Okay Okay Ich brauche mal den Brüsen öffnen eigentlich Dazu können sie vielleicht hier mit öffnen Hm, are you fat? Okay Wie können die Nuss jetzt knacken? Ich muss irgendwas Aha Sehr gut Den Nuss knacken Jetzt haben wir Schlüsse zu den verbotenen Datenen Okay 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 schon seit Jahren nicht so! nicht! was hast du gemacht? wieso hast du gerade gemacht? hast du gerade ein Programm aus einem falschen System das ist imkw-möglich was wird passieren? nein, ich mag das überhaupt nicht okay okay Okay. Das ist kein Spiel. Ich habe ein paar schlechte Nachrichten. Eigentlich ist das nicht ein Spiel. Ich hoffe, dass du nicht zu verabschiedet bist. Du kannst immer noch einen Bollywood-Film sehen. Gehen die Ganges um die Ganges. Gehen die Dance? Such ein Klischee. Wer ist das? Was machst du in meinem Spiel? Ich meine mein Non-Game. Was? Das ist mein Spiel? Ich meine mein Non-Game. Was? Das ist mein Spiel. Was? Das ist mein Spiel. Was? Das ist mein Spiel. Aber, User, mach etwas, verdammt! Du hast ein lustig. Du bist russischer? Russischer? Ich habe das R? Natürlich nicht. Überreaktion. Typisch russischer. Ich bin nicht russischer! Idiot. Du hast ihn aufgewacht. Oh nein. User, du musst du den Programm aufhören. Fast! Ich bin auf dich. Oh oh. Was haben wir denn da? Wo ist der Klitsch? Oh oh. Was haben wir denn da? Wo ist der Klitsch? Das ist mein Kugel. Das ist mein Kugel. Du hast dich nicht, der Klitsch? Das ist mein Kugel. Du hast mich nicht aufgewacht. Du hast dich nicht aufgewacht. Okay, hier. Was schon. Show me papers. Hey, was ist das? Und dann die Sterne. Gas. Steht an E. Weg damit. Frankreich. Der Frank. Der Croissant. Aber du, meine Freunde. Du bist ein Fragspiel? Du bist ein Fragspiel. Hallo Bram. Wir werden alle sterben. Stopp sagen das. Wir werden nicht sterben. Possibly, wir könnten... ...erraised werden. Wir werden alle zerraised werden. Ich arbeite an das. Ich arbeite an das. Ich fühle deine Kräfte an. User, stopp mit dieser Anomalie. Es wird nicht gut sein. Wir werden alle zerfilen. Gibt's einen Fehler. Er ist ein Fragspiel. Haben Sie einen Fragspiel gesehen? Sie haben einen Fragspiel gesehen? Gott, das ist nicht funktioniert. Ich muss noch nichts mehr. Oh nein. Das ist Japan. Okay, jetzt sind Dinge bereits aus der Fragspiel. Nein, nicht die Katzen, die armen Katzen. Ich will nur ihn treffen mit den Katzen. Mit dem Neben-Effekt. Mit den Katzen. Ich habe nur ihn. Das ist ein Kawaii hier. Viel zu Kawaii weg damit. Oha. Römer. Okay, Römer. Man muss doch freigeschreit sein, da ist ein Bug in der Suppe. Okay. Das hat mir noch die deutsche Version gefährdet. Jetzt wird es horrormäßig. Ich denke, ich gehe um einen Moment zu schlafen. Wo sind wir? Ezer, Ezer, bist du hier? Ich bin nicht alleine. Warum auf der Erde hast du den Bogen? Ich habe dich über den Bogen gebrochen. Schau, wo das Gras... Das Gras... ...sie... ...sie... Ich weiß nicht, wo... Dieses Ort ist sehr wunderschön. Was ist es? Einen Art von Telefon? Vielleicht müssen wir nicht gebrochen. 5 5 5 2 3 6 8 Postcard. Christian ruft ihr auf der Retriebefabrik. Es sieht so aus, dass der Bildschirm nicht ein Video-Signal hat. Der Zahnrad kann ich nicht mitnehmen. Ich habe ein Lösungsrad. Okay, was könnte zu dem... Was könnte zu dem... Ich habe nichts mitnehmen. Ein Brunner. Hierzu. Ich habe keine Ahnung. Jetzt. Was ist kaputt? So. Oh, hier gibt es einen Tipp. Ach was. Oh, hier ist zwei Wurzeln. Oha! Wir müssen die Hügel an dazu. Oha! 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 Oh! Oha! 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 All of this is Mr. Glitch's fault. He's got something in mind, but I don't know what. Wir können uns hier wahrscheinlich angucken, schmecken und berühren. Oha! 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 Wir haben eine Glasscheibe Wir haben eine Glasscheibe und was machen Die Sachen rausdrehen hier Die damit nicht Okay, aber was von diesen Icons Was hat hier am Sinn Duch und Kaffee Ich hab keine Ahnung Was machen wir jetzt hier mit Oha Das Auge können wir nicht nehmen Ich habe keine Ahnung was man mit der Faust machen kann Okay User, nicht nichts anderes Du wirst etwas verbrechen Ich hab mal hier irgendwie Oha Ungelegt Können wir sie draufkleben Tja Können wir das jetzt draufkleben Im Glück seid irgendwie Jetzt ist vermutlich auf die Anbriefungsschlag Aber scheinbar nicht Oh shit Okay Ich hab beißt auch rückgängig mehr weiter Und was müssen wir mit der Faust doch machen können Und was müssen wir mit der Faust doch machen können Ich hab mit der Faust doch Was ist nicht die Ich hab beißt auch Ich hab beißt auch Ich hab mit der Faust doch Ich hab mit dem Schraubenampli rausdrehen. Kann ich weder mit der Faust noch mit dem... mit dem Glasdings machen. Keine Hinweise. Nichts in Hinweis. Wie kommt man durch ein Fenster, wo es nicht auf normalen Wegen geht? Ach komm. Jetzt klappt es. Wenn ich mich gefragt habe, habe ich über diese Dimension gesprochen. Mit der Raum. Es ist etwas geschrieben auf dieser strange Hatch. Es ist zu klein. Charakters, quiet. Herr Wilhelm, öffne die Tür. Es ist dein neighbor, Sherlock Holmes. Es wird nie funktioniert, Holmes. Was wir brauchen, ist eine Schlüssel. Die Tür zu öffnen eine Tür? Du verletzt mich, mein Freund. Vier mehr kreativ. Vier mehr Daring associations. Und denken in vier Dimensions. Du meinst wie du Darao. Nicht sound, User. Nicht sound. Ja Ich will ja rein Da ist etwas geschrieben, das ist etwas zu klein zu reden. Da ist etwas geschrieben, das ist etwas zu klein zu reden. Die Lupe mitnehmen. Wenn wir den Glas schärben losschneiden tun, lasst jetzt nicht, oder? den Mut anpassen Es ist meine Glückwunsch. Ein Glückwunsch, mein Freund. Ich bin ein Glückwunsch. Ich bin ein Glückwunsch. Ich bin ein Glückwunsch. Ich bekomme eine Münze. Vielleicht können wir mit der Münze. Kann man nicht mitnehmen oder? Kann man die Münze mitnehmen und damit... vielleicht Testfl但是, oder. Ich habe die Münze nicht mehr, denn sie können können... ... Herausforderungen dafür zu nehmen. Okay, die Münzung. Gucken wir die Münzung. Was machen? Aha. Okay, das kommt natürlich nicht. Ach so, da kann ich vorher nichts machen. Knickte Ecke. Wollen wir mit der Knickte Ecke noch irgendwas machen? Oh. Hmm. Hmm. Okay. 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 Wie haben wir das gemacht? Okay. 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 Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020